Willkommen zu Recent Turn News am 20. März 2021. Mein Name ist Alexander Benesch, wir sind auf Sendung für rund eine Stunde. Schwerpunktthema heute Parteienverbote in der Bundesrepublik und die Spionagedimension, was die rechte Szene anbetrifft. Also ein winziger Kreis an führenden neurechten Influencern will heute festlegen, was die Überzeugungen sind, wie die Supermächte wahrgenommen werden, wie Verschwörungen angeblich aussehen, welche Strategien man einsetzen soll. Diese Meinungen werden vorgegeben und man pocht darauf, dass sie ungeprüft vorbehaltlos übernommen werden. Und wer das nicht übernehmen will, gilt als Feind, als Verräter, als Zersetzer. Und in Bezug auf die AfD wird zum Beispiel darauf bestanden, Meuten abzusägen, den Flügel zu pushen und so weiter. Egal, ob man dadurch ein volles Beobachtungsobjekt durch den Verfassungsschutz wird. Die Kompakt meinte sogar, selbst ein Parteienverbot würde die AfD nicht aufhalten. Was das historische Beispiel der SPD gezeigt hätte. Ja und dabei missachtete man eben dann die Situation mit der SPD. Die war zwar eine Weile lang verboten, wurde auch relativ stark während dem Verbot, aber das war ja auch dann total geheimdienstlich unterwandert. Gerade die Kompakte hat ja Berichte gemacht über V-Leute in der rechten Szene und müsste eigentlich wissen, welche Probleme der Flügel der AfD mit sich bringt. Also es gab dann auch Berichte in der Kompakt über V-Männer in Thüringen und so. Aber seltsamerweise bewirbt man dann den ehemaligen Verfassungsschutzchef Thüringens, den Herrn Röwer, der sich bei der rechten Szene einschmeichelt. Also irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen. Der durchschnittliche Influencer oder Online-Aktivist hat sehr wenig Ahnung oder teils so gut wie Null Ahnung von dem Verbotsverfahren gegen die Sozialistische Reichspartei vor einigen Jahrzehnten. Und die internationale Geheimdienstebene beim Verbotsverfahren gegen die SAP und die NPD ist nach wie vor geheim. Das heißt vieles von dem, was da eigentlich ablief, wissen wir heute immer noch nicht. Wie können sich dann Influencer heute hinstellen und dieses extreme Vertrauen predigen gegenüber dem AfD-Flügel und den Strategien des AfD-Flügels und den Überzeugungen des AfD-Flügels? Ungefähr so, als würde dann eine Firma Expeditionen in den Urwald organisieren für Amateur-Abenteurer. Ja, das heißt die Veranstalter kennen sich da irgendwie nur rudimentär aus mit dem Urwald und so. Und die Abenteurer-Kunden, die da auf Expeditionen gehen wollen, kennen sich praktisch Null aus. Das heißt die haben weder die Fitness noch kennen sich aus mit den Bedrohungen im Urwald. Und trotzdem wird halt eben dafür geworben, naja kommt her und geht auf dieses Abenteuer. Ich habe dann mal mir eine recht aktuelle wissenschaftliche Aufstellung durchgelesen. Das Buch heißt mit Recht gegen Rechts. Also da geht es halt eben dann um das Verbot der SRP damals und die verschiedenen Verbotsverfahren gegen die NPD. Ja, das heißt gleich am Anfang sagen diese Autoren, es gibt bis heute keine umfassende geschichtswissenschaftliche Untersuchung über das, was mit der NPD gelaufen war und das, was mit der SRP damals gelaufen war, die Sozialistische Reichspartei. Die Quellenlage ist immer noch schlecht. Und ja, auch generell die Geschichte der SRP und so weiter, das ist alles sehr, sehr neblig. Das heißt, da müsste man eigentlich zusätzlich zu dem, was jetzt halt eben da an Aufstellungen schon passiert ist, da müsste halt auch viel mehr geschehen und man müsste halt eben dann auch informiert spekulieren. Also was könnte man, was ist die internationale Geheimdienst eben? Also welche internationalen Geheimdienste spielten da damals mit rein? Und mit was hat man es dann eben dann heute zu tun? Ja, und Influencer meinen halt eben dann beispielsweise Verbot der AfD, das müsste man dann eben so hinnehmen und das würde dann schon irgendwie funktionieren und sich ein Wohlgefallen auflösen. Oder man müsste halt eben dann vorbehaltlos den Flügel pushen, obwohl wir nicht wissen, wie stark der Flügel nachrichtendienstlich unterwandert ist von nationalen und internationalen Geheimdiensten. Es ist halt alles nicht so einfach, aber die Influencer meinen, die halten ihr Publikum anscheinend für dämlich und sagen dem Publikum, hier das sind die Guten und alles andere sind dann die Bösen oder die Kritiker sind dann die Bösen. Und man müsste jetzt dann eben dann vorbehaltlos eben den Flügel unterstützen und so und dann würde sich alles ein Wohlgefallen auflösen. Ja, und man zieht dann historische Vergleiche, wird ja auch jetzt diskutiert halt eben dann Parallelen zwischen dem möglichen AfD-Parteiverbotsverfahren und halt eben den Verbotsverfahren bei der NPD und der SRP. Obwohl die allermeisten Menschen sich überhaupt nicht auskennen mit der SRP und wir halt eben noch immer noch nicht genügend Wissen über die NPD und das Parteiverbotsverfahren. Also, Sozialistische Reichspartei, ja, die, da gab es dann Leute, die wollten irgendwie Elemente des Nationalsozialismus restaurieren. Das ist eine Meinung, die man heute natürlich in der rechten Szene auch noch findet, also dieses, ähm, diese Haltung, man wolle ja jetzt nicht irgendwie die ganz großen Kriege anfangen und so, äh, oder gar so krass hier, ähm, irgendwelche Leute beseitigen, aber man wolle alles andere dann irgendwie restaurieren. Und die SRP war halt eben dann viel zu krass und viel zu offensichtlich. Da waren dann Leute mit drin in der Partei, das waren NSDAP-Leute und die traten dann halt hier für die SRP dann später auf bei, ähm, mit, mit roten Fahnen bei, neben den Rednerpulten mit Reichsadler drauf und dann spielte man irgendwelche alten SA-Lieder. 10.000 Mitglieder, war relativ überschaubar, plus halt Tarnorganisationen und in der damaligen Phase, die Bundesrepublik oder halt Westdeutschland, das war halt juristisch alles noch nicht so in trockenen Tüchern und, ähm, es gab halt noch nicht so die richtige juristische Infrastruktur, um jetzt da so ein juristisch sauberes Verfahren zu machen gegen die SRP, ähm, so wie ich das hier eben dann hier verstehe, war das eher so, dass halt eben dann die Besatzer, vor allem die Briten gesagt haben, aber auch die Franzosen und die Amerikaner, ähm, wir wollen diese Partei weghaben und das soll jetzt einfach so gemacht werden und dann ist das auch so gemacht worden, obwohl das rechtlich, das Prozedere rechtlich fragwürdig war. Ich meine, klar, wenn du einen Rechtsstaat willst, ähm, dann kannst du nicht so eine Partei haben wie die SAP, die dann so auftritt, ähm, aber ein Verbot muss halt rechtlich abgesichert sein, das muss halt auf festen Füßen stehen. Und, ähm, ja, wie, so wie das Verfahren damals, das Verbotsverfahren damals passiert ist, ja, gegen die SAP, das war schon viel zu heikel, aber es gibt viele Dinge, die da noch krasser waren anscheinend, die wir halt bis heute nicht wissen dürfen. Und das hatte eben Auswirkungen auf die jetzige Situation mit der AfD. 1951 verließ Heinrich Käseberg, Landesvorsitzender in NRW, äh, für die SAP, verließ seine Partei, weil die Parteispitze Kontakte hätte zur DDR und den Sowjets. Und wir wissen ja unter anderem durch Auswertungen von so Akademikern wie Anton Chekhovssov, ähm, wissen wir ja, wie viele rechte Organisationen, die nach einem Krieg bei uns infiltriert waren von östlichen Geheimdiensten und westlichen Geheimdiensten. Also sie traten sich da gegenseitig auf die Füße und alle wollten halt eben dann Einfluss ausüben auf diese rechten Gruppierungen. Und es ist immer noch geheim, wie stark halt eben dann die SAP-Spitze da Kontakte hatte wirklich zur DDR und zu den Sowjets. Manche sind da anscheinend schreiender vongelaufen hier, wie dieser Käseberg. Ähm, es kann natürlich dann immer wieder behauptet werden oder halt eben dann spekuliert werden, dass halt der Käseberg aus anderen Gründen halt eben da raus ist und das sei halt nur eine Verleumdung und so. Also, aber wir wissen von anderen rechten Gruppen, die unter, wirklich unterwandert waren von Ostgeheimdiensten, dass halt, äh, ja, dass es halt schon eine krasse Verbindung war Richtung Osten und dass halt diese rechten Gruppen dann eben dann gesagt haben, ja, wir wollen eher raus aus der NATO und irgendwie neutral sein, aber dann waren sie dann doch offen für die Sowjets und so. Also, also da ist noch viel, viel zu klären, ja, wie krass, wie nah war die SAP an den Sowjets. Dann, rechte Parteien in Deutschland wollten, oder Westdeutschland, wollten mit der CDU in Niedersachsen regieren. Ja, hätte man so eine, so eine Koalition, so ein Multibündnis da zusammenschmieden können, also alle, alles aus dem rechten Spektrum, konservativ, alle zusammen gegen die Linken. Aber der britische Hochkommissar Ivan Kirkpatrick war dagegen. Und Ivan Kirkpatrick war nicht nur der Erschaffer des Verfassungsschutzes, sondern Ivan Kirkpatrick war selber adelig und er hatte auch dann familiäre Verbindungen, wirklich richtig ernsthafte Verbindungen zum britischen Thron. Und Ivan Kirkpatrick war dagegen und dann ist es eben auch nicht passiert. Und dann auch noch John J. McCloy von den Amerikanern, der wollte das auch nicht. Er ließ die SRP ausspionieren, die Sozialistische Reichspartei, und kündigte sogar ein offenes Eingreifen der USA an. Also so ist es gelaufen und Sie finden auch hier auf recenter, unserem YouTube-Kanal und so, finden Sie auch eine ausführlichere Sendung zu John J. McCloy. Und wir sollen anscheinend, wir dürfen anscheinend bis heute nicht richtig wissen, wie stark die amerikanischen Geheimdienste die SAP ausspioniert hatten. Dann, der deutsche Innenminister, leer, ließ gesammeltes Material des Verfassungsschutzes nutzen, um einen Verbotsantrag zusammenzuzimmern. Auch der französische Außenminister machte Druck. Und wir dürfen auch nicht wissen, wie stark die französischen Geheimdienste bei uns hier wie stark die französischen Geheimdienste bei uns die Partei da ausspionierten. Also Beweismittel wurden da gesammelt und benutzt dann durch einen, also Beweismittel, die beschafft wurden, durch einen V-Mann im Vorstand der Partei. Weitere Spitzelberichte. Die Regierung war komplett informiert, heißt es, über die Partei, auch während des Verbotsverfahrens. Das ist juristisch eigentlich ein No-Go, das konntest du später auch so nicht mehr machen. Könntest du heute entscheiden, erst recht nicht einfach so machen wie damals. Also es gab ja dann Ablehnung des Verbotsantrages gegen die NPD. SRP-Leute waren zu polemisch, beleidigten auch dann zum Beispiel die Staufenberg-Gruppe als Verräter. Und man beleidigte auch dann rauf und runter die Bundesregierung und so und zog alle möglichen Vergleiche. Und das machte es halt möglich, die Partei zu überziehen mit Verleumdungsklagen. Klagen wegen Falschbehauptungen über die Bundesregierung. Klagen wegen antijüdischer Hetze. Das heißt, das waren alles vermeidbare Probleme für die Partei, aber man musste ja unbedingt polemisieren. Und dann war es eben ein leichtes, da halt Druck auszuüben. Ja, hier eine Klage, noch eine Klage, noch eine Klage. Die SRP bekam Infos von einem Maulwurf anscheinend, oder von mehreren Maulwürfen aus Bonner Ministerien und vielleicht sogar Infos von einem Maulwurf im Bundesamt für Verfassungsschutz. Eventuell handelt es sich bei diesen Maulwürfen aber dann um Doppelagenten, die halt dann schon der SRP ein paar Sachen zustecken, aber nicht wirklich, um der Partei damit zu helfen. Es gab Durchsuchungen von Büros, hohe SAP-Funktionäre, die kein Abgeordnetenmandat hatten. Und man durfte dann sogar das Material auswerten, was rechtlich auch irgendwie komisch ist. Es gab dann halt eben eine Sammlung und dann hieß es, das sind die Beweise, dass die Partei eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen will. Was genau die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, ist auch schwammig. Und was jetzt tatsächlich eine Bedrohung darstellt, ist auch schwammig. Also eigentlich heißt es ja, du darfst in der Bundesrepublik halt dummes Zeug glauben und dumme Wunschvorstellungen haben und unrealistische Wunschvorstellungen haben über irgendein neues Regime, was du da aufziehen willst. Aber das ist noch keine echte Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dass diese liberale Sichtweise oder liberal klingende Sichtweise ist jetzt nicht einfach nur dazu da, um halt einen schönen Rechtsstaat zu haben, sondern es dient halt eben auch dazu, dass halt die Leute ihr jeweiliges Sammelbecken haben. Ja, also das ist auch so gewollt. Das heißt, viele Leute denken ja, sie seien mit ihren rechten Überzeugungen, die sie aus den immer gleichen Verschwörungsmedien da abgekupfert haben oder halt übernommen haben, es seien mit ihren Einstellungen da irgendwie eine Elite oder sie seien da irgendwie besonders und so. Und eine Bedrohung für das System oder ein Ärgernis für das System in Wirklichkeit ist ja das alles so auch mit einkalkuliert und berechnet. Also es soll ja diese Sammelbecken geben. Unter anderem auch halt genährt durch die üblichen Verschwörungsmedien, die dann auch wieder auf Geheimdienste zurückgehen. Aber das ist den meisten ja völlig unbekannt. Tja, beziehungsweise die gängigen Verschwörungsnarrative gehen auf Geheimdienste zurück. Also, die SRP wollte dann sogar noch den Amerikanern einen Deal anbieten, Geld im Gegenzug für Support der US-Politik. Das ist dann auch gescheitert. Und dann gab es ein Schlussplädoyer in dem Verbotsprozess von einem gewissen Hans Ritter von Lex. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Lex Mitglied der Christlich-Sozialen Union, CSU, wurde dann Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren. Er hielt dann Verdienstkreuz, Verdienstorden der Bundesrepublik und so. Er bekam sogar das Großkreuz des päpstlichen Ritterordens des heiligen Gregors, des Großen. Und er bekam auch noch, also 1961 wurde Ritter von Lex von der britischen Königin Elisabeth II. zum Knight Commander des Ritterordens Order of the British Empire erhoben. Und der Typ mit dieser Beziehung praktisch, ja, also mit diesem britischen Ritterorden, dieser Typ macht dann ein Plädoyer halt in einem Verbotsverfahren gegen die SRP. Und wir haben ja vorhin gehört, Sir Ivan Kirkpatrick, der britische Oberadelige, Erschaffer des Verfassungsschutzes und halt familiäre Verbindungen zum britischen Thron, dieser Ivan Kirkpatrick wollte die SRP verboten haben. Er wollte, dass die SRP verboten ist. Und dann hält dieser Hans Ritter von Lexerle das Schlussplädoyer. Dann gab es noch ein Plädoyer von einem Horst Pelkmann. Und der hatte mal, der hatte nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, war er halt dann Verteidiger, Jurist halt. Beim Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher verteidigte er die SS, verteidigte im Ärzte-Prozess Leute, dann beim Flick-Prozess, IG Farben-Prozess und so. Ja, und da ging es ja auch darum, bestimmte Leute halt eben zu schützen, die halt für die Briten und Amerikaner dann wichtig waren. Ähm, ich vermute ja auch, dass halt eben dann Deutschland natürlich dann von einem, also auch in der Nazizeit und vorher, dass Deutschland halt komplett infiltriert war von ausländischen Geheimdiensten. Aber das war ja alles super, super geheim und ist es bis heute noch. Und man vertraute anscheinend, also die Besatzer vertrauten Horst Pelkmann. Und dann durfte er dann später auch die Rechtsabteilung im hessischen Wirtschaftsministerium leiten. Und Hessen ist ja auch so eine adelige Hochburg, also Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt und so. Und Hessen-Darmstadt, das ist ja, da sind wir ja auch wieder beim britischen. Trauen. Naja, bei den Familien. Also solche Leute, ja, Horst Pelkmann und der andere, die halten dann die Plädoyers für das Verbotsverfahren, das eigentlich gewünscht wurde von Sir Ivan Kirkpatrick. Horst Pelkmann war dann immer auch im auswärtigen Dienst und war dann Konsul in Philadelphia und so. American Philosophical Society etc. Die SAP wusste dann, wir werden verboten und versuchte noch, sich rechtzeitig selbst aufzulösen. Das hat man aber auch dann wieder einkassiert. Protestwähler liefen davon, das Interesse der Leute an der Partei ließ nach. Und die Beweise für das Verbotsverfahren kamen durch Geheimdienstspitzel zustande. Der Partei-Mitbegründer, ja, der Partei-Mitbegründer Gerhard Krüger soll mit dem Verfassungsschutzpräsidenten Otto John kooperiert haben. John war ja mal nach Großbritannien geflüchtet, arbeitete dann nach der Internierung unter diesem sehr, sehr krass verbundenen Sefton-Delma beim Propagandasender, Soldatensender Kalei, das Foreign Office. Also es ist halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass halt Otto John von britischen Geheimdiensten rekrutiert worden war und dann machten die Briten ihn halt eben dann zum Verfassungsschutzchef in Deutschland und ich befürchte, der Verfassungsschutz ist im Wesentlichen eine Tarnorganisation der britischen Geheimdienste. Später tauchte dann John in der DDR auf, das war ein Riesenskandal. Also das war dieser Otto John, ja. Und der Krüger, dieser Krüger, der dann, also dieser Krüger, der Partei-Mitbegründer, der war dann ein höheres Tier in der NSDAP gewesen, landete dann in dem britischen Internierungslager und der britische Geheimdienst hat ihn dann halt stark beobachtet, weil er hatte Kontakte zum Naumannkreis und so. Auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass halt eben der britische Geheimdienst ihn rekrutiert hatte, Ende der 60er Jahre wandte sich Krüger der Freimaurerei zu, Mitglied der Loge zum Schwarzen BN Hannover, auch diesem Adelsnest, ziehe auch britischer Thron, publizierte dann Sachen zur Freimaurerei. Und jetzt muss man sich dann vorstellen, dass dann Otto John mit seinem Background, mit seinen britischen Connections, dass Otto John vom Verfassungsschutz dann kooperiert anscheinend mit diesem Krüger, der eventuell auch dann in britischen Händen gelandet war. Also die SRP war förmlich durchsetzt mit Spitzeln, den Richtern war es egal. So, dann kam es zur Gründung der NPD 1964, unter anderem durch Adolf von Tadden, oder Tadden war dann einer der wichtigsten Leute. Tadden war ein Militäroffizier, Zweiter Weltkrieg, Eisernes Kreuz, Erster Klasse und so weiter. Wurde verhaftet und war dann für die britische Militärregierung fertig. Der Gründer der NPD, der Gründer der NPD, Adolf von Tadden, war für die britische Militärregierung tätig. Zog dann nach Göttingen, auch so eine Hochburg. Und nach seinem Tod wurde bekannt, dass er ein Informant des britischen Geheimdienstes MI6 war, auch während seiner gesamten Zeit als Bundesvorsitzender der NPD. Tadden machte eine Sammlungspartei aus der NPD mit bürgerlicher Fassade, man könnte auch sagen ein Sammelbecken. Und die Agenten des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, die waren da jetzt nicht irgendwie besonderlich besorgt über die NPD, sondern das war anscheinend für die ein relativ ruhiges Sammelbecken. Hier, man zitiert sogar die britischen Agenten, die sagten, wir sahen keine Gefahr, dass da ein neuer Hitler an die Macht kommen könnte. Die Propaganda der NPD einerseits und die Furcht von neuen Nazis andererseits schienen sich zu ergänzen. Aber von Tadden wollte nur eine radikale rechte Partei in den Parlamenten. Der Mann, der das sagt, war jahrelang der Vorgesetzte des V-Mann-Führers, der von Tadden regelmäßig in einem der Hotels in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hamburg traf. Also vorher bei der SAP, da haben dann die britischen Besatzer und die Geheimdienstler der Briten und so, haben gesagt, wir wollen die SAP verboten haben, also wurde sie verboten. Bei der NPD, da war dann die Haltung eher, ja, wir lassen das als Sammelbecken laufen und dann lief die NPD als Sammelbecken. Also auch nach Wunsch genau das, was die Briten sich gewünscht hatten. Heute mit der AfD stehen da anscheinend auch diese Optionen offen für die Geheimdienste, also auch die Briten. Können die AfD als Sammelbecken laufen lassen oder verbieten, je nachdem, wie krass die AfD sich eingelassen hat auf die Russen. Das, da haben die Geheimdienste anscheinend die Kontrolle und die Initiative, befürchte ich. Ja, die haben die Kontrolle und nicht irgendwelche Influencer da draußen, nicht irgendwelche Wähler. Also, das heißt, die Briten haben dann eben diese Beziehung da aufgebaut zu dem, ohne dass der Verfassungsschutz davon wissen durfte. Verfassungsschutz wusste anscheinend von nichts. Hans-Josef Horchem, damals Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hamburg, erinnert sich daran, dass der MI6 seine Operationen wie eine alte Kolonialmacht auch in der Bundesrepublik weiterführte. Allen Gesetzen und Abmachungen zum Trotz. Ja, und wenn mal sowas hochkam, dann haben dann die Leute weiter oben gesagt, ja, kämen wir mal schön so den Teppich, ja, wir wollen jetzt hier die Briten nicht verärgern. Und hier interessant, ein Agent von britischen MI6 hatte sich dem Zielobjekt von Tatten diskret genähert. Zunächst unter falscher Flagge, wahrscheinlich, oder Vorspiegelung falscher Tatsachen. Der Mann, der von Tatten aushorchte, war erster Sekretär im Generalkonsulat in Düsseldorf, später in Hamburg. Die Details sind alle noch geheim. Die Archive in London bleiben für immer verschlossen. Und der ehemalige MI6-Agent meinte, wir haben den deutschen Geheimdiensten nicht getraut, wir wollten uns selbst ein Bild machen. Ja, und dann heißt es noch hier, dass auch die Ostgeheimdienste, die Ostgeheimdienste versucht hatten, Adolf von Tatten halt irgendwie einzuwickeln. Und diese Ostgeheimdienste hätten dann so getan, als seien sie britische Geheimdienstler. Das heißt, ein Geheimdienst sagt ja nicht unbedingt, wer er wirklich ist. Und so wollte man von Tatten einwickeln, aber der war ja schon rekrutiert worden von den Briten, also wusste er, dass dieses neue Angebot da eben Fake ist und eine Finte ist und eine Falle ist. Das war dann abgelehnt. Ist auch interessant, ja, also muss ich mir vorstellen, wie das dann heute abläuft. Also wie würde ein Geheimdienst, der jetzt aus dem Westen oder Osten, wie würde der also ein Geheimdienst an AfD-Leute rantreten? Würde man sich tarnen als konservative, adelige Kreisenetzwerk? Kann man die AfD so leicht einwickeln? Ich befürchte es. Ja, und die NPD hatte bis zu 29.000 Mitglieder, war jetzt nicht sonderlich bedeutend. Richtungsstreit kam dann auf, nachdem die CDU in der Opposition gelandet war. Ja, sollen wir jetzt radikal sein oder nicht? Es war auch ein Chaos-Haufen, also auch viel Narzissmus in der Partei und dann geht sowieso alles vor die Hunde. Es gab schlechte Wahlergebnisse, eine zusätzliche Radikalisierung in den 90er Jahren unter Deckert und folgt. Immer mehr Antikapitalismus von rechts, Anbiederung an ehemalige SED-Funktionäre, also Ostdeutschland, ja, dieses Zeug, was man heute eben dann auch hört, ja, Hauptsache weg von den Amis und einige glaubten natürlich dann in der rechten Szene an die jüdische Weltverschwörung, die dann Amerika kontrollieren würde und da müsste man sich jetzt mit dem Osten verbrüdern, so ein Zeug. Unter Martin Musgnug kam dann der Weg der NPD in die Bedeutungslosigkeit. Der Vater von Martin Musgnug war Professor für Chirurgie an der Universität Heidelberg, ist auch so eine alteingesessene Welfen-Uni mit halt entsprechenden Netzwerken. Vater war auch NSDAP-Mitglied. Und dann auch der Sohn-Studium an der Uni Heidelberg. Ich meine, man kann sich dann vorstellen, wie das aus der britischen Perspektive läuft. Das heißt, die haben diesen Fontatten, also die britischen Geheimdienste haben diesen Fontatten als Informanten und will man auch irgendwie sicherstellen, wer der Nachfolger ist und so. Und müssen wir uns fragen, ob das dann so geklappt hat im Sinne der Briten. Der Anlass für den Verbotsantrag gegen die NPD war ein Anschlag. Sprengstoffanschlag in Düsseldorf, Rohrbombe mit TNT, zehn Menschen lebensgefährlich verletzt, schwangere Frau verlor ihr ungeborenes Kind. Opfer waren Migranten aus Russland, Ukraine, Kasachstan und Aserbaidschan, waren auch Juden drunter und dann wurde halt ermittelt, ermittelt und es gab nie wirklich eine Auflösung des Falles. Noch über 16 Jahren wurde ein Rechtsextremer festgenommen. Gerichtsverfahren wurde eröffnet, aber wurde dann freigesprochen. Also wir wissen bis heute nicht genau, was da passiert ist. Das Innenministerium ließ halt eben dann Beweise zusammentragen gegen die NPD. Also auch der Verfassungsschutz lieferte Material. Und es wurde ein Zusammenhang behauptet zwischen der NPD und der Zunahme rechtsextremer Gewalttaten. Aber dieser Link war halt nicht wirklich so juristisch eigentlich haltbar. Und dann wieder die Frage, was ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung denn genau und was ist denn wirklich eine richtige Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Und die Anträge gegen die NPD waren halt einfach ziemlich schwach. Der NPD-Mitbegründer Wolfgang Frenz wurde dann viel zitiert von den Behörden, um halt für ein Verbot der Parteis argumentieren. Dann kam ein Anruf beim Verfassungsgericht. Man bräuchte noch eine Aussagegenehmigung oder man warte noch auf eine Aussagegenehmigung eines Landesamtes für Verfassungsschutz für diesen Frenz. Soll heißen, Frenz war V-Mann. Und es weitete sich zu einer größeren V-Mann-Affäre aus. Es gab dann eben den Skandal in der Öffentlichkeit. Aber weitere V-Mann-Tätigkeiten diverser Personen für unter anderem Befreundete, aber auch feindliche Dienste anderer Staaten standen hierbei öffentlich nicht zur Diskussion. Also man hat noch von vornherein diesen V-Mann-Skandal mit der NPD dann begrenzt auf halt das Thema Verfassungsschutz, auf den Inlandsgeheimdienst. Man hat jetzt nicht öffentlich da drüber gesprochen, ja was ist denn mit Ostgeheimdiensten? Arbeiten bestimmte Leute oder arbeiteten bestimmte Leute, wichtige Leute bei der NPD, bei der NPD vielleicht für den Ostgeheimdienst oder für den britischen Geheimdienst oder für den amerikanischen Geheimdienst oder für den französischen Geheimdienst oder für den israelischen Geheimdienst? Das ist bis heute geheim? Das ist bis heute geheim? Und du siehst eigentlich bis heute keine richtige Diskussion in der rechten Szene oder ganz im rechten Spektrum keine richtige Diskussion, wie stark ist die heutige rechte Szene unterwandert von russischen Diensten und französischen Diensten und so. Wie hoch ist die personelle Kontrolle in der Szene von den Geheimdiensten und die inhaltliche Kontrolle über die Ideen? Also da werden Leute reingeloggt in irgendeinen Aktivismus. Oh, mach mir mit, mach da mit, mach dies, mach das, mach das. Die Leute werden so hier in das Abenteuer reingeloggt, in den Dschungel reingeloggt, ohne dass die Leute sich überhaupt auskennen, ohne dass diese Lokvögel, ohne dass diese Vortänzer und Vorprediger, ohne dass die halt eben den Leuten einen Wein einschenken und den Leuten halt sagen, was wirklich, wie die Situation aussieht, worauf man da wirklich achten muss. So an. Ja, dann Horst Mahler. Horst Mahler polemisierte damals. Er schwafelte von einem Hauptfeind, nämlich Juden und der Weltherrschaft und so. Und er selber ist eine echt suspekte Figur, die seine Akte, seine Stasi-Akten sind schmal und ausgedünnt. Also da fehlen Seiten, Blätter, Abschnitte, Namen. Wurde viel geschwärzt. Nicht von der Stasi gesperzt, sondern von dem BSTU. Also es gibt Sachen, die wir nicht wissen dürfen. Also Stasi beobachtete ihn ja und war interessiert an seinen Aktivitäten. Aber wir dürfen nicht alles erfahren, was die Stasi wusste. Mahler wechselte dann, also nach verschiedenen Gruppen wechselte er zur Vereinigung unabhängiger Sozialisten und so. Und bald kursierte dann das Gerücht, dass diese Organisation von der SED West dominiert sei und der Deutschen Friedensunion nahe stand. Diese trat nicht nur DDR-freundlich auf, sie war auch von Mitgliedern der verbotenen KPD verdeckt gegründet worden. Die SED schickte verdeckt Gelder. SED und Stasi gründeten und unterwanderten, als ob man so dauerhaft gewinnen könnte. Heißt es hier von Regine Igel, der Forscherin. Für den weiteren Werdegang des Horst Mahler sollte es kennzeichnen werden, dass er Organisationen permanent wechselte, neu gründete, spaltete, auflöste Austrat. So ähnlich wie Karl Marx, den ich für einen Agenten halte. Sein Weg und die Akte zeigt ihn als Taktiker der Zuspitzung und Spaltung. Ein zusammenfassender Stasi-Bericht kommentiert Mahlers Auftreten auf einem Berliner SDS-Seminar im Jahr 1962. Es bestünde der berechtigte Verdacht, dass der Horst Mahler als Provokateur von irgendwelchen Stellen vorgeschickt wird. Und dann gab es halt bei der Stasi oder bei der DDR, es gab dann bei der DDR die Abteilung 12-4 Auslandsreisen. Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten erteilt Horst Mahler die Erlaubnis für ein Transitvisum über den Kontrollpassierpunkt KPP, Drewitz und Zinnwald, um nach Tschechien zu reisen. Was treibt Mahler mit Billigung der Stasi und des Außenministeriums, einen Wintermonat lang in Tschechien zu verbringen? Für einen Skiurlaub im Riesengebirge hätte es den direkten Grenzübergang von Bayern zu Tschechien gegeben. Und dann wurden halt im Zuge des Verbotsverfahrens gegen die NPD wurden halt ein paar weitere Leute enttarnt, also ein paar Leute hier noch enttarnt, als V-Leute des Verfassungsschutzes. Uwe Holtmann, wird auch manchmal als Udo Holtmann bezeichnet, hoffe da findet hier keine Verwechslung statt. Also Uwe Holtmann, Herausgeber und Chefredakteur der Parteizeitung Deutsche Stimme. Seit 1978 dient Holtmann dem Verfassungsschutz als V-Mann. Davon wusste die NPD spätestens seit Anfang der 90er Jahre. Also jedes Mal, wenn so ein Informant, so ein Spitzler eben dann aufliegt, dann kommt immer die Ausrede, ja ich bin nur zum Schein übergelaufen zum Verfassungsschutz. Ja, ich gebe denen schlechte Infos und ich kriege Geld von denen und so. Dann Mike Leier, ehemals führende baden-württembergische NPD-Funktionär, arbeitete von 96 bis 97 als V-Mann für den Bar-Wü-Verfassungsschutz. Er kam erst nach seiner Spitzeltätigkeit in führende Parteiämter, unter anderem war er Vize-Chef des NPD-Landesverbandes. Matthias Mayer, 1998 übernahm er die Leitung der Mecklenburg-Vorpommerischen NPD-Zeitung, der Kamerad Michael Gruber und so weiter. Von rund 200 Vorstandsmitgliedern waren 15% Spitzel. Und wenn man jetzt sich überlegt, die Traumquote an Unterwanderung, die Traumquote liegt für Geheimdienste immer bei 25%. Das hat man gesehen in Amerika am FBI, bei den Russen, noch vor der Sowjetzeit und so. Ja, 25% aller wichtigen Leute einer Gruppe, die will man halt eben dann unter Kontrolle haben. Jetzt kann es durchaus sein, dass halt die deutschen Geheimdienste da 15% abgedeckt haben und ausländische Geheimdienste decken da noch weitere 10% ab. Und es überschneidet sich auch. Das heißt dann irgendwie ein und dieselbe Person, ihr spioniert für den Verfassungsschutz und vielleicht noch zusätzlich für die Franzosen und oder für die Briten und so weiter und so fort. Und insgesamt haben wir dann vielleicht so eine Quote von 25%. Weitere V-Mann-Tätigkeiten für Dienste anderer Staaten standen nicht öffentlich zur Diskussion. Ähm, ja. Also die, also rechtsextreme Gruppen in Europa waren eben auch häufig von östlichen Geheimdiensten unterwandert. Die Informationen dahingehend zu SRP sind sehr dünn. Die Partei machte sich für die Sowjetunion als potenzieller Bündnispartner gegen die westlich gebundene Adenauer Regierung attraktiv. Mit dem Verbot wurden sämtliche Mandate ersatzlos gestrichen. Die Auflösung der Partei und Einziehung aller parteilichen Vermögen wurde angeordnet und gleichzeitig die Bildung von Ersatzorganisationen untersagt. Und wenn man sich überlegt, die AfD, wenn die AfD verboten wird, ja, das wäre natürlich ein riesen Desaster und so. Und das wäre jetzt nicht das, was sich die Kompakte anscheinend vorstellt, dass dann die AfD unbedingt noch stärker wird und so. Äh, also, ähm, also dieser Dolls bei der, äh, bei der SRP, dieser Dolls war für den Verfassungsschutz in Ägypten dann später tätig. Ähm, also das heißt, man verbietet Parteien, wenn sie oberste Grundwerte des freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaates erschüttern wollen. Äh, also es reicht nicht aus, wenn heutzutage irgendwelche Politiker eine, einer Partei Hitler und den historischen Nationalsozialismus toll finden, sondern es kommt darauf an, ob die Politiker ein Regime richten wollen, egal in welcher Schärfe und zu diesem Zwecke eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung einnehmen. In der Juristensprache heißt das eine Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es gibt aber noch einen weiteren Verbotsgrund, nämlich die Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland. Diese Gefährdung könnte zum Beispiel dann vorliegen, wenn eine Partei sich zum Werkzeug des russischen Regimes macht und dabei mithilft, Deutschland den Russen ganz oder teilweise auszuliefern. Denkbar wäre zum Beispiel, dass rechte Politiker das Gebiet der ehemaligen DDR mit russischer Unterstützung von der Bundesrepublik abtrennen wollen. Tja, ähm, also interessanterweise, interessanterweise plädierte Annetta Kahane, die Vorsitzende der linken Amadeu-Antonio-Stiftung in Berlin, nicht für ein Verbot der extrem rechten NPD. Wäre die NPD verboten, hätten es die antifaschistischen Linken schwerer, Menschen zu mobilisieren für den sozialistischen Kampf gegen rechts. Also sie plädierte anscheinend auch eher dafür, dass die NPD ein, äh, impotentes Sammelbecken bleibt. Interessant. Also, was ist also heute mit der AfD, wo Höcke bei einer älteren extrem rechten Demo gefilmt worden war, in der Nähe von Thorsten Heise wohnt und verdächtigt wird unter dem Pseudonym Landolf Ladeck in rechten Zeitschriften publiziert zu haben, wo Kalbitz bei mehreren extrem rechten Organisationen früher war. Keine dieser Personen war bei der NSDAP, wie es der Fall war bei der SAP. Die AfD bezieht sich nicht offen auf das Programm der NSDAP und so. AfD-Funktionäre scheinen einfach Gedanken in verwässerter Form zu äußern, die von alternativen Verschwörungsmedien übernommen wurden. Für ein Verbot reicht es nicht herauszufinden, ob Mitglieder an eine linke Weltverschwörung unter der Leitung der Fake-Waisen von Zion glauben. Der Verfassungsschutz müsste mit nachrichtendienstlichen Mitteln herausfinden, ob wichtige Mitglieder ein Regime anstreben, mit aggressiv kämpferischer Haltung oder sich mit den Russen verschworen haben, um die Bundesrepublik zu spalten oder zu übernehmen. Dann in einem künftigen Verbotsverfahren müssten dann die V-Leute abgezogen werden oder man müsste halt dann sich von ausländischen Diensten helfen lassen und so und man kann nicht ohne weiteres Beweise anführen, die durch V-Leute beschafft wurden. Die Hürden für ein Verbot sind also hoch, aber dagegen sind die Hürden recht niedrig, die AfD mit Informanten zu durchsetzen und als kontrolliertes Sammelbecken zu betreiben. Auch ausländische Dienste könnten sich daran beteiligen. Das Bundesverfassungsgericht betonte, im modernen Staat werden die Machtkämpfe mit dem Ziel, die bestehende Ordnung zu beseitigen, immer weniger offen und mit unmittelbarer Gewalt geführt, vielmehr in steigendem Maße mit den schleichenden Mitteln innerer Zersetzung. Offen und mit Gewalt durchgesetzt werden die verfassungsfeindlichen Ziele erst, nachdem die politische Macht bereits errungen ist. Werden aber, wie Hitlers Beispiel zeigt, offizielle Erklärungen der Führenden einer verfassungswidrigen Partei zur Verschleierung benutzt und wird das Parteiprogramm bewusst vorsichtig gehalten, so sind der Wortlaut des Programms und Loyalitätserklärungen, auf welche die SRP sich zum Gegenbeweis beruft, ohne Beweiswert für die wahren Ziele der Parteien. So, das heißt, wenn jetzt halt eben dann Leute halt eben einfach so dieses Zeug glauben, jüdische Weltverschwörung, Hitler sei der Tolle gewesen, also diese ganzen Narrative, die eigentlich auf Geheimdienste zurückgehen und dann unzählige Male abgeschrieben wurden. Wenn Leute jetzt sowas vertreten und dann sich halt vernetzen mit anderen Neonazis und sich dann vernetzen mit irgendwelchen russischen Kreisen, russischen Geheimdiensten und sich dann auch einwickeln lassen von irgendwelchen adeligen Gruppen, hinter denen britischer Geheimdienst steckt. Wenn Leute jetzt dann so agieren, wenn Leute jetzt dann eben dann so agieren, dann kann das nur scheitern. Das heißt, die werden gefrühstückt von den Geheimdiensten und dann ist es halt eben dann so, dass viele Geheimdienstler halt eben dann denken, naja, diese Rechtsextremisten, die arbeiten mit schmutzigen Tricks, die verbergen ihre Gesinnung, ihre wahre Gesinnung und so und verstecken sich da hinter den Freiheiten eines Rechtsstaates. Die spielen, diese Neonazis spielen mit schmutzigen Tricks, also ist es für die Geheimdienste, so die Logik immer wieder, denken die dann, ist es für die Geheimdienste legitim, dann auch mit schmutzigen Tricks zu kämpfen, nämlich man lässt sich da von ausländischen Befreunden in Diensten helfen und man kontrolliert die rechte Szene voll als Sammelbecken und das, und damit ist die Partei, oder sind diese Parteien halt eben dann für den Bürger nutzlos. Also dann haben wir uns mal noch einmal angeguckt, Meinungsforschung und Mathematik, mindestens 90% der Deutschen wollen den AfD-Flügel nicht, weil es gab es natürlich dann nach diesen enttäuschenden Wahlergebnissen bei zwei Landtagswahlen in Deutschland, gab es dann eben dann vermeintliche Experten, ja, also alles immer Flügelanhänger, die dann praktisch diese Wahlergebnisse jetzt analysieren und dann eben sagen wollen, was jetzt zu tun sei und selbstverständlich als Lösung wird immer angeboten, man müsse jetzt voll und ganz auf Flügellinie gehen, kein Widerspruch mehr, das sei Geschlossenheit und so könnte man dann hier wieder erfolgreich sein. Und natürlich siehst du halt nicht, dass halt eben da jetzt diese Flügelanden oder Flügelistas, dass die jetzt halt eben dann, du siehst da keine richtige Meinungsforschung, die die zitieren, du siehst keine richtige Beweislage, keine richtige Logik, die behaupten das einfach nur. Die behaupten einfach nur, dass man mit dem Flügelkurs hier irgendwie erfolgreich sein könnte. Also der sogenannte AfD-Flügel, AfD-Flügel ist ein zahnloser Tiger mit Arthritis und Hüftschaden, der ohne die bürgerliche Fassade kaum eine nennenswerte Bedeutung hätte. Wir haben ja gesehen, die NPD war, NPD hatte nie wirklich Bedeutung, die SAP hatte nie wirklich eine Bedeutung. Laut unzähligen Studien ist die AfD in der bisherigen Konstellation mit einem dominanten rechten Flügel bundesweit begrenzt auf rund 10%. Tendenz sinkend oder stagnierend, weil die allermeisten Menschen in Deutschland den Flügel ablehnen. Falls es dem Flügel künftig gelänge, die gemäßigten bürgerlichen Konservativen in der Partei völlig zu dominieren, ist ein Wachstum bundesweit unwahrscheinlich und stagnierend bzw. ein Schrumpfen wahrscheinlich. Es kann immer eine Überraschung passieren, dass wieder irgendwelche nebulösen Milliardäre kommen, die dann da irgendwie Geld reinpumpen oder die AfD kriegt Hilfe von russischen Geheimdiensten oder irgend sowas. Aber das kann dann halt kurzfristige Erfolge möglich machen, aber hätte natürlich dann fatale Konsequenzen für die Deutschen. Also Studien und Metastudien messen seit Jahrzehnten, wie die Bevölkerung tickt. Es heißt hier in so einer Metastudie, eindeutig und offen rechtsextreme Einstellungen werden vom Großteil der Bevölkerung abgelehnt. Lediglich zwei bis drei Prozent der Befragten äußern sich klar extrem, im Osten nicht mehr als im Westen. Die Fremden, also halt verschiedene Sachen wurden da gemessen, klassischer Antisemitismus und so. Und diese ganzen Werte sind halt dramatisch gesunken. Also das ist wirklich ein Randphänomen. Also richtig knallharte Nazi-Truther oder Truth-on-Nazis und so. Das ist wirklich ein Randphänomen. Das ist wirklich nur ein winziger Teil der Bevölkerung. Und also der harte Kern der extremen Rechten sind nur ein paar Prozent der deutschen Wahlberechtigten und die sind zudem so unbeliebt, dass sie erstens aktiv bekämpft werden von einem breiten Durchschnitt der Bevölkerung und zweitens leicht zu unterwandern sind von Geheimdiensten. Zudem sind die Leute aus dem harten Kern von ihrer Persönlichkeitsstruktur her weniger geeignet zur Zusammenarbeit und seiner ungetrübten Sicht auf die Realität. Narzissmus. Narzissmus ist unter den Wählern der AfD laut einer Studie der Uni Leipzig stärker verbreitet als in der Anhängerschaft anderer Parteien. Relativ hohe Narzissmuswerte haben wir auch bei den Wählern der Linken gefunden. Allerdings waren diese dort, anders als bei den AfD-Wählern, nicht verknüpft mit einem Hang zum Autoritären. Also Erhebungsdaten 2018. Befragte, die eine starke Sympathie für die AfD hegen, sind aus psychologischer Sicht auffällig, überdurchschnittlich ängstlich, autoritär, aggressiv, unsolidarisch, antisozial. Ja. Und der Flügel scheint sich zu wünschen, dass die bürgerliche Fassade innerhalb der AfD auf wundersame Weise Millionen Wähler anlocken wird. Aber die Wähler, die man anlocken will, lehnen die Flügelideen zu stark ab. Jedes Mal, wenn Flügelanhänger wieder provozieren oder heikle Dinge aus der Vergangenheit ans Licht kommen oder die Gemäßigten zurückdrängen, verpufft ja die Lockwirkung der bürgerlichen Fassade wieder ein Stück mehr. Das Dilemma lösen zu wollen, indem man fordert, die Gemäßigten in der Partei noch weiter zurückzudrängen, macht es noch schlimmer. Der Flügel ohne bürgerliche Fassade wäre bestenfalls eine 5%-Partei bundesweit. In der Konstellation Flügel plus bürgerliche Fassade sind rund 10% drin, kann aber weiter sinken, wenn die Fassade an Überzeugungskraft verliert. Der sogenannte Flügel hat der AfD hat im Osten einen gewissen Anklang, wo fünfmal weniger Menschen als im Westen leben. Gerade in Thüringen leben nur 2 Millionen Bürger. Ansonsten wollen die Deutschen den Flügel einfach nicht, was sich an bergeweise Forschung ablesen lässt. Die AfD wird wahrgenommen als eine Art NPD mit etwas bürgerlich gemäßigter Fassade drumherum. Dennoch fantasieren die Flügelvertreter, dass magischerweise Millionen weitere Wähler ihr Kreuz bei der AfD machen würden, wenn die Gemäßigten sich vorbehaltlos dem Flügel unterwerfen und sich nur noch als bürgerlicher Fassade und als Sündenbock für schwache Wahlergebnisse benutzen ließen. Tja, also selbst die konservative Publikation Junge Freiheit brachte es fertig, die Wähler zu untersuchen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts in seinem Auftrag der Jungen Freiheit befürworten 68% der Befragten, die sich grundsätzlich vorstellen können, die AfD zu wählen, es bislang aber noch nicht getan haben, dass die Partei mehr auf Distanz nach rechts gehen sollte. Auch unter den AfD-Wählern befürwortet eine Mehrheit, nämlich 45%, eine stärkere Abgrenzung. Und trotzdem siehst du die ganzen Influencer und generell die Flügelanden, Flügelistas und hetzen dann ab gegen Gemäßigte und hetzen dann ab gegen halt eben diese vermeintlichen Verräter und Systemlinge, die dann irgendwie für das System arbeiten, Agenten des Systems und so. Ich meine, was soll das? Und dann haben wir eben noch, ähm, und dann haben wir noch dann dieses verwandte Phänomen. Ähm, dann haben wir noch dieses verwandte Phänomen mit halt, ähm, diesen Corona-Aktivismus. Ja, also das heißt, dass die Traumkombination für viele, ja, der Weg zum Erfolg und Sturz des Merkel-Regimes und so, ja, der traumhafte Weg für viele ist so eine Mischung aus halt Flügelkurs und Corona-Aktivismus. Also richtigen Hardcore-Corona-Aktivismus. Und dadurch, da kämen dann wieder Millionen Wählerstimmen und Millionen Supporter und ganz tolle Dinge würden da passieren. Aber jetzt haben wir Folgendes gesehen. Die Parteien namens die Basis und wir 2020, die aus der Corona-Protestbewegung heraus entstanden waren, holten bei den Landtagswahlen jetzt in Baden-Württemberg nur 0,8% bis 1% der Stimmen. Was in etwa der Todesrate der Corona-Pandemie entspricht. In den Telegram-Gruppen und alternativen Medien war frühzeitig ein Hype generiert worden, laut dem ein Potenzial von Millionen Wählerstimmen und eine kritische Masse vorhanden wäre. Bei der ersten Corona-Großdemo wurden ca. 35.000 Teilnehmer zu 1,3 Millionen erklärt. Und selbst ein AfD-Abgeordneter schätzte kürzlich bei einem Besuch in Moskau, dass die AfD nun bei 20% bundesweit stehen würde, statt 10%, wenn die Partei sich voll und ganz eingelassen hätte, auf einschlägige, bekanntere Corona-Aktivisten. Yikes. Insbesondere Meuthen wird innerhalb der AfD und in alternativen Medien unter anderem deshalb so viel attackiert, weil er nicht die Narrative über Corona aus alternativen Medien vorbehaltlos kopieren möchte. Deshalb wird er als Agent des Systems verschrieben. Also wenn dieser winzige Zirkel an alternativen Medieninfluencern, wenn der Zirkel irgendwas vorgibt, irgendeine Meinung vorgibt, dann soll diese Meinung einfach so übernommen werden. Das wird dann verlangt. Und wer das nicht tut, der wird dann unglaublich stark attackiert. Da macht man Aktivismus gegen diese Leute. Also Aktivisten machen Aktivismus gegen Aktivisten. Dann sollen wir uns das gegenseitig zerfleischen, weil halt eben die einen sagen, oh wir übernehmen diese Narrative zu Corona vorbehaltlos und die anderen sagen, nö, wir halten diese Narrative A für falsch und B erkennen wir auch nicht, dass das jetzt irgendwelche großen Wunder vollbringen soll an den Wahlurnen. Und ich meine, man strickt ja eigentlich jetzt schon im Vorfeld an weiteren Dolchstoßlegenden. Also wenn jetzt zum Beispiel dann Meuthen verjagt wird und der Flügel dominiert dann total die Partei, so wie sich es einige ja wünschen. Und wenn dann der Flügel, der die Partei kontrolliert, dann eben dann auch sich total einlässt auf der Bühne mit den bekanntesten Corona-Aktivisten und so. Wenn dann aber die tollen Wahlergebnisse ausbleiben, wen will man dann noch beschuldigen? Es gibt ja dann keinen Meuthen mehr und es gibt ja dann keine bedeutsame bürgerliche Fassade mehr, auf die man die Schuld abladen kann. Was werden die dann dann sagen? Ja, Schuld sei das ZDF und Spiegel TV und die bösen Massenmedien und die Weisen von Zion und ja und halt die Gemäßigten, die halt früher noch irgendeine Bedeutung hatten, die hätten es dauerhaft vermasselt und wir konnten das jetzt nicht mehr ausbügeln und so. Also da wird immer eine Ausrede kommen. Immer. Immer. Egal wie krass die Flügel landen, versagen, egal wie halt eben sich diese Prognosen als falsch rausstellen und so. Und das ist halt so krass, wenn man halt dann sich so aufbläst. Also aus 35.000 Teilnehmern einer Demo, da erklärt man dann, das seien jetzt 1,3 Millionen und wir hätten die kritische Masse. Und wir haben da zu dem damaligen Zeitpunkt schon gesagt, es sind halt, es sind halt bloß ein paar wenige 10.000 gewesen auf dieser Großdemo. Keine Hunderttausenden, schon gar keine 1,3 Millionen, aber dann waren dann diese Influencer und halt eben die Nachplapperer und die bestanden felsenfest darauf, das sind 1,3 Millionen gewesen. Und ich habe damals schon gesagt, ja aber warum hat die AfD, warum hat die AfD nicht mehr Mitglieder? Ja, wenn da 1,3 Millionen Leute auf die Demo gehen, dann, wenn da 1,3 Millionen Leute auf die Demo gehen, müsste es doch kein Problem sein, dass die AfD halt eben da jetzt, dass die AfD jetzt dadurch halt vielleicht plötzlich auf 100.000 Mitglieder geht oder 150.000 Mitglieder geht und stattdessen verharrt sie bei 30.000. Das ist einfach keine, das ist einfach keine Realitätswahrnehmung da. Und dann haben wir das Folgende noch gesehen, also die Ankündigung, die große neue Offensive mit Demos, also jetzt kommen neue Demos und das würde sich in politisches Kapital ummünzen lassen. Aber jetzt haben wir ja gesehen, diese Corona-Aktivisten-Parteien, das war überhaupt nicht erfolgreich jetzt bei den Wahlen, obwohl jetzt halt eben die Pandemie schon so alt ist, obwohl ja eigentlich der Höhepunkt jetzt schon da war von der Pandemie anscheinend und trotzdem will das keiner wählen. Fast niemand in Deutschland hat wirkliches Vertrauen in extreme Corona-Aktivisten. Das ist ein Randphänomen in Telegram-Gruppen und bewirkt keine politischen Höhenflüge, wie vor Jahren noch die Flüchtlingskrise. Der Höhenflug blieb aus, aber wie bei einem Cargo-Kult sind manche immer noch fest davon überzeugt, dass Millionen neue Wähler erscheinen werden. Dem Siegeszug im Weg stünden nur die Zweifler. Dann endete auch noch jeder Hype um Präsident Donald Trump und die QAnon-Fantasien zur Beendigung der Pandemie und im Sturz der großen Weltverschwörung. Also eine Niederlage nach der anderen. Zusätzlich zu dem Desinteresse der Bevölkerung an radikalen Corona-Aktivisten kommt noch das Problem, dass die Aktivisten sich sehr schnell zerstreiten. Die Partei Die Basis entstand im Juli 2020 unter dem Namen Widerstand 2020, gegründet von diesem Schiffmann. Es war die Rede von 100.000 Mitgliedern, es wäre das Dreifache der AfD, dann seien es aber nur Interessierte gewesen oder Newsletter-Abonnenten oder Webseitenbesuche. Nichts genaues weiß man nicht. Schiffmann verließ dann die Basis, um eine neue Partei namens WIR 2020 zu gründen und sie auch bald wieder zu verlassen. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg holte die Basis 1% der Stimmen. Ähnlicher ging es der Partei von Bodo Schiffmann, die 0,8% der Stimmen erhielt. Hier haben wir also kalte, nackte Zahlen, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Also keine vermeintlichen Geheimserver von Dominion Voting Systems haben die Wahl gefälscht zusammen mit den Weisen von Zion. Das behauptete massive Wählerpotenzial ist einfach nicht vorhanden. Es macht keinen Sinn zu glauben, HNO-Ärzte und selbsternannte Experten über Verschwörungen mit Bildungsabschlüssen von der YouTube-Universität könnten die Pandemie wegreden und gleich noch die Kanzlerin stürzen. Versetzen wir uns einen Moment geistig in den Kopf der Kanzlerin. Was wäre für sie das größere Problem? Eine seriöse Opposition, die den glaubwürdigen Eindruck erweckt, sie könne besser regieren oder verstrahlte Aktivisten, die sich nicht einmal von Reichsbürgern distanzieren können und glaubten, eine QAnon-Revolution stünde kurz bevor wegen anonymen Messages in dem Spaßforum. Also alternative Medien sind wirklich schlicht größenwahnsinnig. Die Kompetenz ist erschreckend niedrig, aber sie verlangen, dass ihre Ideen vorbehaltlos übernommen werden. Wirkliche Macht haben sie keine, sondern höchstens noch die Möglichkeit, diejenigen in der AfD oder anderswo zu torpedieren, die nicht unterwürfigst die Narrative aus den alternativen Medien übernehmen wollen. Das heißt, sie kriegen gerade mal so einen Flash-Mob zusammen, in dem sie dann sagen können, okay, ihr müsst jetzt den hassen und Aktivismus machen gegen den und den sollt ihr hassen und den sollt ihr wegdrängen. Mehr können die nicht. Das Kompaktmagazin tönt aktuell. Nun zählt Geschlossenheit. Wer sich distanziert, betreibt das Geschäft des Regimes. Also da haben wir es ja wieder. Wer es für eine schlechte Idee hält, sich einzulassen auf Reichsbürger und König Fitzek, die QAnon-Sekte oder diejenigen, die heute noch versuchen, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen, würde das Geschäft des Regimes betreiben. Es hört sich an wie jede Sekte, die es jemals gab. Sekten befehlen liebend gerne ihren Schäfchen, irgendwelche abstrusen Dinge zu vertreten und jeden zu verachten, der diese Dinge nicht teilt. Die Kompaktbring ist fertig, sich in zwei Sätzen völlig zu distanzieren von Zweiflern und Kritikern ihres Großes und gleichzeitig Geschlossenheit zu proklamieren. Was auch immer der winzige Kreis aus führenden alternativen Medien sich einbildet, gilt wie der Koran. Unantastbar. Und die Ungläubigen seien der Feind. Genauer gesagt Schlafschafe und Merkels Denunzianten. Die Sektiere hingegen würden dazu führen, dass die Menschen aufwachen. Anselm Lenz wird zitiert mit der Sichtweise, die Bewegung sei omnipräsent und nicht mehr aufzuhalten. Kompakt spricht von schier endlosen Strömen von Protestlern bei den Großdemos. Die wollen gar keine konkrete Angabe oder Schätzungen machen. Es waren aber nur 35.000 Demo-Teilnehmer und wählen will das Zeug auch keiner. Damit ist das Potenzial auch schon wieder ausgereizt und die Pandemie in wenigen Monaten vielleicht wieder vorbei. Dann fehlt das große Aufhängerthema, die althergebrachten Parteien regieren weiter und die AfD wirkt auf die Wähler wie eine NPD mit etwas bürgerlicher Fassade drumherum. Und dann gab es in der Kommentarsektion der Kompakt noch interessante Debatten. Einer meinte, die Querdenker seien ein kleines Grüppchen, das sich aufbläst. Als Antwort schreibt dann jemand, dass der Endsieg in Wirklichkeit schon greifbar nahe wäre. Und wenn es halt dann die große Enttäuschung gibt, dann folgen wieder die üblichen Dolchstoß-Legenden, die Zweifler seien an allem schuld gewesen. Man hätte es ja fast geschafft und so. Also man kann nicht ewig an der Corona-Aktivistenschraube weiterdrehen und den Aktivismus beliebig hochskalieren. Das geht irgendwann völlig schief. Und dann gab es halt eben den einen, der meinte, ja, in der Kommentarsektion da, wenn es halt zu lächerlich ist mit dem Aktivismus und so, dann hilft es halt dem System. Und irgendjemand anders meinte dann, ich habe da einen Screenshot gemacht, oder irgendjemand meinte dann, nein, Blei und Hanf muss die Devise sein, alles andere geht nicht. Und wir sehen ja jetzt schon, der Verfassungsschutz will da halt die Szene infiltrieren und so. Und das kann sich halt eben dann auswirken auf die Art und Weise, wie sich bestimmte Influencer eben dann äußern. Also das ist, wie gesagt, Aktivismus ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und wir schenken den Leuten reinen Wein ein, wir geben den Leuten halt richtige Auswertungen, richtige Analysen. Und, ja, und geben ihnen halt ein klares Bild, dass sie nicht irgendwie auf ein komisches Abenteuer gelangen, ohne zu wissen, auf was sie sich da eigentlich einlassen. Okay, das war's für heute, wir sind zurück nächste Woche. Schauen Sie rein, shop.recenter.com, Ihre Anlaufstelle für Zivilschutz. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.